Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns heute hier versammelt um einen neuen, den einzig wahren Gott zu loben preisen. Wir befinden uns hier in der ersten Kirche, die für unsere Ehrlinge erbaut wurde. Wir können mit Stolz von uns behaupten, unseren Gott schon einmal gesehen zu haben, da dieser Gottheit in einem parallelen Universum bereits existiert. Dadurch allerdings, wie jeder andere Gott, unerreichbar ist. Liebe Gemeinde, drehen Sie sich bitte in die westliche Himmelsrichtung, in welcher unser Mekka liegt. Nun legen wir zu Ehren unseres Gottes eine Schweigenlüte ein, die von unserer wundervollen Kirche und Musiker begleitet wird. Bitte schön. ¿Verdig? Ups! Ja. Ja... Ja...